Untertitelung des ZDF, 2020 Die ZDF, 2020 Die ZDF, 2020 So, guten Abend miteinander, liebe Marie Chorleute und vielleicht Gäste aus dem Mauritius Chor und aus dem Martins Chor sind. Herzlich willkommen zu unserem ersten Streaming-Konzert, Live-Stream-Konzert. Wir sind ja seit Corona hier immer wieder am schauen, was wir machen könnten. Und heute haben wir wieder mal etwas Neues, was wir ausprobieren. Es freut mich sehr, dass der Christoph bereit war, für uns ein Orgelkonzert einzustudieren und das zum Besten geben. Vielen Dank jetzt schon an Christoph. Und ein ganz herzlichen Dank geht auch an Wolfgang, der nämlich hier Technik managt und in dem Martins Chorle wahnsinnig lange Kabel hat müssen verlegen. Also, merci euch beiden, euch zu Hause. Viel für genüge, ihr findet das Programm auf dem YouTube-Kanal oder auf dem Marie Chor, Webseite oder im Mail von Christoph. Genießt den Abend. Bis auf ein anderes Mal. Tschüss zusammen. Genießt den Abend. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Sicht über dich und erfülle dein Herz mit seinem Licht, tiefer Friede, begleite dich. Ob du ausgehst oder heimkommst, ob du wach bist oder schläfst, sei gesegnet und gestärkt durch deinen Geist. Ob du in das Tal hinab schaust oder Berge vor dir stehen, mögest du den nächsten Schritt in seinen Segen gehen. Der Herr segne dich, behüte dich, lass es sein Angesicht leuchten über dir und der Herr sei dir, Herr Dich. Jeder hebe sein Angesicht über dich und erfülle dein Herz mit seinem Licht, tiefer Friede, begleite dich. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020